Du? Was machst du denn hier? Ich hab gehört, sie haben Kaufmann getötet. Und? Das erklärt ja nicht, warum du hier bist. Ich konnte einfach nicht glauben, dass du's warst. Ich war's auch nicht. Die versuchen mir ja bloß den Mord unterzuschieben. Irgendwie haben die Bullen eine Waffe gefunden, mit meinen Fingernabdrücken drauf. Aber die Tasche lässt du hier. Alex? Warum Alex? Das Geld wurde falsch überwiesen. Unsere Kontonummern sind identisch, bis auf die letzte Ziffer. Und die Itaker haben einen Fehler gemacht. Ich habe sie aufgeklärt und sie sind bereit, alles rückgängig zu machen. Rückgängig? Wenn dies tut! Ich habe einen riesigen Fehler begann. Ich hätte dich schon viel früher über die Sache aufklären müssen, als du bei mir gewesen bist. Für gewöhnlich entsorge ich die Waffe in einer Mülltonne. Dabei entstehen keine Fingerabdrücke, weil ich Handschuhe benutze. Ich hätte dich da nie mit reinziehen dürfen. Schon schlimm genug, dass ich dich in dem Glauben gelassen habe, dass ich in einem Nachtclub als Kellner arbeite. Du hast mir vertraut. Und ich habe das Eis kalt ausgenutzt. Ein tödliches Vertrauen. Tödlich? Komm, tu das nicht. Ich habe heute alles verloren. Mein Job, meine Freundin und meinen besten Freund. Tu das nicht. Ich stelle dich nicht auf dieselbe Stufe wie diese Mafia-Schweine. Was habe ich denn noch zu verlieren? Andreas, das bist nicht du. Ich bin immer frei. Ich bin immer frei. Ich bin immer frei. Ich bin immer frei. Bube reverenziert. Bitte harmoniert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020